Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Tohu Pabohu. Die letzte Folge hat euch ja augenscheinlich sehr, 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 sehr gut gefallen. Da war ich ja auch nicht alleine hier. Also wahrscheinlich gefallen euch die Folgen mit Gästen anscheinend besser als meine eigenen. Nein, das kann man so gar nicht sagen. Aber es gab sehr viel Resonanz auf die letzte Folge. Primär haben sich eigentlich durch die Bank weg alle gefreut, dass Christina den Traum ihres eigenen Theaters sich erfüllen konnte. Und ja, das ist schön. Das ist mal schön zur Abwechslung zu sehen, dass die Menschheit auch noch sich für andere Leute freuen kann und nicht nur die Leute nach sich selber schauen. Denn meiner Erfahrung nach nimmt das tatsächlich sehr, sehr, sehr überhand, dass alles um einen rum einem eigentlich scheißegal ist und man nur noch nach sich selber guckt. Und deswegen hat mich das sehr gefreut, das zu lesen. Und das leite ich natürlich oder habe ich bereits einen Christina weitergeleitet. Die soll das natürlich auch mitbekommen. Außer ihr habt die dann alle auch angeschrieben. Dann liest es halt doppelt. Dann ist das so. Von mir gibt es aber eine gesammelte Nachricht. Also ich leite jetzt nicht jede einzelne Nachricht weiter. Und auf jeden Fall bekommt sie das mit. So, und natürlich, ne, alle nach Rheinbach ab in dieses Sommertheater, in den Theatersommer. Ich vertausche es immer noch. Aber das findet ihr und das ist ja auch in den Shownotes und so von der letzten Folge alles verlinkt. Und bei dem Post, bei Instagram, bei mir auch ebenfalls alles nochmal verlinkt. Da findet ihr das auf jeden Fall. Und dann könnt ihr da im August, beziehungsweise jetzt ja auch schon, bis in den August rein auf jeden Fall hingehen. Und ab September dann eben in das neue Theater. So, Werbung Ende. So, was in letzter Zeit, also in letzter Zeit, zu den letzten zwei Monaten immer wieder häufiger gefragt wurde, ob ich denn nochmal so ein Hörbuch rausbringe. Also für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, es gibt irgendwo in den Welten des Internets, also so bei Spotify, ich glaube bei Amazon auch, bei iTunes nicht, weil da geht das nicht, da läuft das über Audible. Und dafür bin ich zu unbekannt. Und da gibt es auf jeden Fall ein Hörbuch mit ein paar Kurzgeschichten. Ich weiß gar nicht genau, wie viele sind es? Zehn, zwölf? Also auf jeden Fall Kurzgeschichten, die so zwischen fünf bis zehn, elf Minuten sind, die meiner Meinung nach recht lustig sind und sehr unterhaltsam. Sonst hätte ich das auch nicht veröffentlicht. Und da kam immer wieder die Frage auf, die letzten Monate, ob es denn da noch Neues gibt oder nicht. Also primär bin ich ja Musiker. Also ich liebe das Musikmachen und das ist auch das primäre Ding. Dieses Hörbuch, was ich da gemacht habe, diese Kurzgeschichten, es ist letztendlich einfach nur so ein Zeitvertreib von mir, wenn ich irgendwo in Hotels sitze oder in der Bahn und sich dann lustige Geschichten ergeben oder mir irgendwelche wirren Gedanken kommen. Und das ist jetzt nichts, was ich irgendwie großartig ausweiten möchte. Also Stand heute ist das so. Wer weiß, was sich in Zukunft ergibt. Aber im Moment ist das nicht der Plan. Aber Pläne können sich ändern. Und es ist einfach mehr so ein Entspannungsding für mich, weil ich einfach nur Texte schreiben kann. Ich kann meine ganzen wirren Gedanken, wie man in dem Podcast ja auch schon merkt, nur hier werden sie nicht aufgeschrieben, sondern gesprochen. Da passen auch viel, viel mehr Wörter rein. Und ich kann das alles aufschreiben und kann da lustige Geschichten draus machen. Und es muss sich halt nichts reimen. Das ist einfach das Ding, was es so entspannt macht für mich. Bei Musik muss man halt immer wieder überlegen, okay, reimt sich das jetzt? Passt das ins Taktschema? Passt die Wortwahl vielleicht zu dem Musikgenre, was ich damit machen möchte oder zu dem Gefühl, was ich erreichen möchte? Und bei diesen Kurzgeschichten halt nicht. Da kann ich halt einfach drauf losschreiben. Und dann ergibt sich so eine Geschichte, die dann immer weiter versponnen wird. Und irgendwann denke ich dann, okay, jetzt ist es halt auch mal gut. Und dann kommen noch mal zwei Seiten und dann ist sie dann irgendwann fertig. Und das kann sein, um die Frage jetzt auch zu beantworten, dass da noch mal eins kommt. Also ich schreibe natürlich immer weiter diese Geschichten. Also da gibt es noch einige. Und es kann sein, dass ich dann noch mal eins veröffentliche. Aber das Ding ist halt einfach, also klar zu Unterhaltungszwecken. Klar kann auch sein, dass ich das irgendwann bei Konzerten mal so als Zugabe oder so mit einführe, dass ich einfach eine Geschichte rauskrame und die vorlese. Aber das Ding ist natürlich anders als bei Musik, wenn man so eine Kurzgeschichte hört, die dann fünf bis zehn Minuten lang ist, die hört man sich halt einmal an. Und dann war es lustig, man hat sich unterhalten gefühlt und ist gut und behält die vielleicht im Kopf und erzählt das weiter und sagt, hier, hört ihr das mal an. Aber man hört einfach so eine Kurzgeschichte jetzt nicht hundertmal an. Weil es wird einfach beim zweiten Mal schon, ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so lustig wie beim ersten Mal. Und beim dritten Mal ist dann der Drops halt auch gelutscht. Anders bei Musik, wenn man natürlich ein Lied im Ohr hat und ein Lied gut findet oder einen das berührt, hört man das natürlich immer wieder. Und dann ist mit fünf Mal nicht getan. Dann geht das natürlich viel, viel weiter. Und dann reden wir von Zahlen von 100, 150 Mal oder so. Und halt auch über eine gewisse Dauer. Dann kann ich halt sagen, okay, das Lied oder das Album war cool, das höre ich mir jetzt nochmal an. Und bei so einem Hörbuch ist es halt unwahrscheinlich. Und ich sehe es ja auch an den Zahlen, was da so gestreamt wird. Es ist natürlich am häufigsten die Musik zum Glück, weil das ist ja auch das, was ich hauptsächlich mache. Sonst wäre der Plan anders. Wenn das Hörbuch jetzt deutlich geiler gestreamt wurde als die Musik, dann hätte ich wahrscheinlich umgeschult und hätte schon längst wahrscheinlich noch zwei, drei Hörbüche rausgebracht. Aber das ist nicht so. Und die Musik mache ich auch viel lieber, weil damit kann ich halt auch dementsprechend auftreten, könnte ich mit dem Hörbuch auch. Aber es wäre was anderes. Das wäre dann schon eher Comedy. Und da sehe ich mich im Moment nicht. Wie gesagt, wer weiß, was in Zukunft so passiert. Aber Stand heute sehe ich mich da nicht. Stand heute bin ich nach wie vor Musiker und werde das auch bleiben. Und deswegen kann es sein, dass dann noch ein zweites Hörbuch kommt, vielleicht auch ein drittes. Ich kann aber nicht sagen, wann ich das mache und ob überhaupt. Was ich sagen kann hingegen, dass ein drittes Album kommt. Aber auch da kann ich noch nicht sagen, wann. Aber das kann ich euch so gut wie versprechen, sagen, dass es ein drittes Album geben wird und wahrscheinlich auch ein viertes und fünftes. Aber den Zeitraum, den genauen oder auch in ungefähren kann ich da noch nicht geben, weil dafür muss ja erstmal alles geschrieben, komponiert und gemacht und aufgenommen und, und, und werden. Und so weit ist es noch gar nicht. Und mal davon abgesehen, das letzte ist ja noch nicht mal ein Jahr her. Also ich bin jetzt nicht so der Fan von Komm, ich veröffentliche jetzt alles halbe Jahr ein neues Album. Und dann leidet die Qualität ein bisschen drunter. Bin ich persönlich nicht so der Fan von, sondern das letzte Album war letztes Jahr im November, was rausgekommen ist. Das heißt, es sind noch ein paar Monate bis dahin. Und dann muss ich auch nicht direkt im November das nächste machen. Wenn es dann nächstes Jahr irgendwann wird, bin ich da voll zufrieden mit. Und wann das sein wird, wird sich dann zeigen. Das hängt natürlich auch ein bisschen an der Auftragslage ab über den Winter. Vielleicht habe ich im Winter aber auch mehr Zeit, wenn die ganzen Weihnachtsfeiern und so durch sind. Weil die Hochzeiten machen wir uns nichts vor. Im Winter wird jetzt nicht so viel geheiratet. Gibt es auch. Aber der Großteil bezieht sich wohl auf so April bis September, Oktober. Und dann können wir bei Weihnachtsfeiern, Geburtstag und sowas, wobei Geburtstage auch über den Sommer logischerweise stattfinden. Und so Geschichten. Und dann kann es sein, dass ich über den Winter ein bisschen mehr Zeit habe und dann das Ganze auch aufnehme. Vielleicht passiert das auch schon vorher. Ich weiß es nicht. Ich habe da ja keine Plattenfirma im Hintergrund. Ich mache das ja alles selbst. Finanziere das Ganze auch selbst. Und deswegen habe ich da auch keinen Zeitdruck. Das heißt, ich kann das dementsprechend anpassen, wie es halt mir gerade in den Kalender passt. Was auf der einen Seite ganz cool ist. Auf der anderen Seite, ja, wäre so eine Plattenfirma, die das halt alles bezahlt und organisiert und so, wäre natürlich schon cool. Dann hätte ich zwar diesen Zeitdruck, okay, ich muss in dem und dem Zeitraum ein zweites Album rausbringen oder das nächste Album. Und ja, den habe ich aber nicht. So ist es halt im Moment. Und es ist auch nicht schlimm. Von daher habe ich aber halt keinen Zeitdruck, was das angeht. Und kann das quasi so anpassen, wie es mir eben gerade passt. So, damit sollte ich die Frage hinreichend beantwortet haben. Die Frage nach dem nächsten Album, beziehungsweise, wenn es mal wieder neue Musik gibt, habe ich auch beantwortet, auch wenn ich die nicht genau definieren kann. Das werdet ihr hier in dem Podcast aber auf jeden Fall so ziemlich als erstes mitbekommen. Sobald sich da etwas tut, was neue Musik angeht, also wenn es in den letzten Zügen ist, dann werdet ihr das definitiv mitbekommen. Und bevor jetzt hier direkt wieder die nächsten Nachrichten kommen, beziehungsweise die kamen zwischendurch auch schon hier, das kann ja nicht so lange dauern, bla bla bla. Also erst mal, das letzte ist im November letztes Jahr erschienen, das ist noch kein Jahr her, sehe ich auch gerade noch gar keinen Bedarf, ein neues Album zu veröffentlichen. Und es ist natürlich nicht so, ich nehme jetzt nur kurz die Sachen auf, singe das ein und dann lade ich das hoch. Also ganz so einfach ist es natürlich nicht, wie das manche denken. Ich weiß auch gar nicht, ob die Leute, die das schreiben bei Instagram, ob die den Podcast hören. Dann müssen jetzt halt alle Beteiligten durch. Aber man muss ja erst mal Texte schreiben, dann muss man die Musik schreiben, dann muss man sich überlegen, okay, was für Instrumente brauche ich dafür, welche möchte ich da drin haben, welchen Stil möchte ich spielen, beziehungsweise primär, welche Emotionen möchte ich mit dem Lied erreichen, was möchte ich damit bewirken, was möchte ich sagen. Und dementsprechend wähle ich dann die Instrumente aus. Dann probiere ich das aus, nehme das Ganze dann auf, wahrscheinlich auch ein, zwei, dreimal, weil man sich natürlich auch bei Aufnahmen verspielt. Und dann nimmt man das halt ein paar Mal öfters auf, primär was so Schlagzeug angeht oder Klavier, wo ich halt einfach das Instrument nicht so beherrsche, wie eine Gitarre oder wie Gesang, dass ich sagen kann, okay, da setze ich mich jetzt kurz hin, nehme das auf, Sache ist erledigt. Funktioniert dann nicht, muss ich öfters aufnehmen. Sagen wir mal, wie es ist. Und dann nehme ich das auf und dann hört man sich das an, mischt das noch ein bisschen ab, also macht die einzelnen Instrumente lauter oder leiser, macht ein bisschen Bässe raus, ein bisschen Höhen, ein bisschen mitten rein oder raus. Andere Leute gucken dann immer noch, ob man da ein paar Effekte reinmachen kann. Ich bin nicht so der Fan von Effekten. So ein bisschen Hall ist noch okay. Aber alles andere ist dann, also bei einer E-Gitarre, klar, so ein bisschen Verzerrung, Distortion und so, das ist okay. Bei anderen Instrumenten und beim Gesang mache ich das nicht. Also Hall ja, aber alles andere ist weg. Ich benutze, glaube ich, nicht mal Echo oder so Effekte. Nee, habe ich bisher noch nie benutzt. Also nicht, was Gesang angeht oder auch nicht, was Instrumente angeht. Ich glaube, ich weiß schon, wie man den Echo-Effekt einstellt, aber ich habe den noch nie benutzt. Den brauche ich, in meiner Welt brauche ich den einfach nicht. Ist aber auch alles Geschmackssache. Dann mischt man das alles ab, sodass es schön klingt, dann hört man das, also ich höre das dann auf verschiedenen Ebenen an, wenn das dann fertig ist, wenn dann der Gesang auch dran ist, die Backings noch drauf ist und alles weitere, was da drauf muss und ich dann sage, okay, klingt jetzt cool, dann wandle ich mir das einmal um und höre mir das auf verschiedenen Boxen an, weil es ist natürlich so, jeder hat andere Kopfhörer oder andere Boxen, wo er das anhört. Manche hören es nur über das Handy an. Es klingt halt überall unterschiedlich. Und ich versuche dann, so eine Schnittmenge zu finden, weil ich kann das hier jetzt nicht mit irgendwelchen Kopfhörern für keine Ahnung wie viel Euro, also mit guten Kopfhörern anhören. Und da klingt es dann einfach geil. Und auf anderen Kopfhörern klingt es dann halt scheiße. Weil es dann nicht gut abgemischt klingt, weil ich ja nicht davon ausgehen kann, dass jeder da teure Kopfhörer zu Hause hat oder richtig gute Kopfhörer, wo man das dann halt auch mit hört. Deswegen findet man da so eine Schnittmenge. Und dann höre ich mir das immer wieder an und stelle dann fest, na, scheiße, an der Stelle muss ich aber nochmal das Instrument aufnehmen, das passt, da ist irgendwie, das stört mich. oder die Stelle ist doch nicht so geil, wie ich dachte. So, und dann sitzt man natürlich wieder dran und dann nimmt man halt diese Stelle nochmal auf. Was natürlich auch noch bei mir häufig der Fall ist, wenn ich am Aufnehmen bin und am Abmischen und dann feststelle, ja, aber da muss jetzt noch das rein, da müssen vielleicht noch ein paar Bläser rein, vielleicht muss doch noch irgendwie ein Klavier mit dazu und dann probiere ich da halt aus. Und dann gucke ich einfach, was passt zusammen, was muss noch rein und dadurch zieht sich das natürlich auch ein bisschen. Aber es geht. Also ich komme damit vollkommen klar und es kommen auch hörbare Ergebnisse raus, wie man ja unschwer erkennen kann und das passt dann schon. Und ja, aber es ist halt nicht in der Woche fertig. So, das ist es aber vermutlich bei niemandem. Ähm, das zieht sich halt. So, es ist halt kein, es ist halt ein Prozess. Es ist jetzt nichts, was man in der Woche, ich sage, ich setze mich jetzt Montag hin und schreibe neue Texte, komponiere die Musik, nehme die dann auf. Sonntag habe ich ein neues Album fertig. Nein, das funktioniert nicht. Ähm, und, ähm, deswegen kann ich da einfach keinen Zeitraum nehmen. So, das dazu. Aber es gibt ja zwei Musikalben, die ihr nach wie vor anhören könnt und was ja auch immer noch ordentlich gehört und gestreamt wird. Ähm, das sieht sehr gut aus. Also vielen lieben Dank an alle, die das immer noch anhören ähm, und weiterempfehlen und teilen und, und, und. Genauso wie mit diesem Podcast, ne? Ihr wisst das ja bewerten, folgen, weiterempfehlen. Das ganze Programm. Ähm, das ist wichtig, sagt man mir immer wieder, mit diesen Algorithmen und so, was da irgendwie, ich, also, richtig logisch kann ich es nicht erklären, ich verstehe es dann auch nicht, aber es ist wohl wichtig, also bitte Folgen bewerten, weiter erzählen und so weiter und so fort. Was für mich primär am wichtigsten, ist Buchen. Buchen, buchen mich, alle. Alle buchen für Geburtstage, für Wohnzimmerkonzerte, für eventuell Hochzeiten, Firmenfeiern, vollkommen wurscht, überall wo Livemusik gewünscht ist, spiele ich. Das ist primär das Wichtigste für mich. Ähm, und dann kommt, dass man die Musik, die ich da veröffentlicht habe, dass man die auch anhört. Ähm, das ist, das ist natürlich schon cool, wenn, wenn man halt dann irgendwie sieht, okay, das wurde zwei Monate gar nichts mehr gestreamt. Ähm, ist halt auch dann ein bisschen, pff, ja, dann denkt man halt auch, ja, super, dann brauche ich halt auch kein drittes Album veröffentlichen. Ähm, aber ich bin mit den Zahlen super zufrieden. Ähm, ich werde das auch nach der Sommerpause, äh, dann nochmal genauer erläutern. Aber ich glaube, ich bin mit dem Album, also, nee, ich glaube, ich weiß, dass ich über 250.000 Streams bin, äh, mit dem Album, äh, mit dem letzten Album. Ähm, und das finde ich für mich eigentlich schon cool. Ähm, und, äh, danke für, an alle, die da ordentlich zuhören und sich das Geschrei und Geschrammel vor mir anhören. Und, ähm, ja, deswegen, äh, wird es definitiv ein drittes Album geben. Und, ich weiß halt nur noch nicht wann. Also, selbst wenn ich es jetzt schon wüsste, würde ich es nicht sagen, weil es kann immer noch was dazwischen kommen. Und ich bin kein Fan von irgendwelchen Sachen. Ich sage hier am 12. Januar kommt ein neues Album raus. Ähm, und dann verschiebe ich es aber, weil ich bis dahin doch nicht fertig werde, weil viel zu viele Aufträge reinkommen und ich nicht hinterherkomme. Ähm, deswegen, ähm, werde ich ein fixes Datum erst dann nennen, wenn ich halt auch weiß, ich bin in den letzten Zügen oder ich habe es schon fertig und es ist schon alles eingestellt und bereit zur Veröffentlichung und, und, und. Ähm, dann komme ich an mit dem Datum. So könnte ich jetzt ungefähr was sagen, aber Stand heute kann ich das sowieso noch nicht. Aber wenn ich in dem Prozess drin bin, das Aufnehmens, Komponieren und so, äh, dann kann man es ungefähr absehen, aber, äh, auch dann ist es für euch ja auch noch vollkommen witzlos, weil ihr dann einfach kein Datum habt. Dann wisst ihr, okay, der nimmt halt gerade auf, aber kann dann in drei Monaten ein Album kommen oder ein vier oder ein fünf oder ein sechs. Es hilft halt auch keinem. Und deswegen, Datum gibt es dann, wenn ich halt auch weiß, wann es auch wirklich fertig sein wird und veröffentlicht wird. So ist das. Vor November auf gar keinen Fall, das kann ich euch versprechen. Ähm, und wahrscheinlich dieses Jahr auch noch gar nicht. Ist jetzt mal so eine Vermutung. Außer ich habe irgendwie so tatsächlich so eine Woche, so eine Eingebung, wo ich dann wirklich Tag und Nacht ransitze, komponiere, aufnehme und tue und mache. Äh, ist aber unwahrscheinlich. Machen wir uns mal nichts vor. So, dann, wo ich gerade schon angefangen habe, ähm, die Sommerpause. Ähm, die gibt es, die kommt, die habe ich ja jetzt auch schon oft genug, angedroht. Ähm, auch wenn der Sommer irgendwie schon so ein bisschen vorbei zu sein scheint. Ich weiß nicht was, also wahrscheinlich ist es gerade so ein typischer deutscher Sommer, was ja auch mal ganz okay ist. Ähm, und auch so ein bisschen Regen, wie es hier gerade in Köln regnet. Ja, es regnet. Es regnet. Ähm, ähm, es nieselt. Sagen wir so, es nieselt. Ähm, und das ist ja für die Natur super, von daher, äh, passt das schon. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, ob der Sommer da wirklich schon durch ist oder nicht. Ähm, aber es kommt ja noch der August. So, auf jeden Fall Sommerpause. Ähm, das hier ist die letzte Folge vor der Sommerpause, in der ich alleine hier sitze. Es wird noch eine Folge kommen in zwei Wochen. Also, die nächste quasi. Was weiß ich, wann ihr das hier jetzt alles anhört, dann sind es vielleicht keine zwei Wochen mehr. Außer ihr hört den Podcast immer mittwochs an, dann ist es auch in zwei Wochen. Aber in der nächsten Folge, also in der 42. Ähm, sitze ich noch mal mit einem Gast hier. Und, ähm, das wird dann die letzte Folge vor der Sommerpause sein. Und, ähm, jetzt, ich mach gerade mal nebenher den Kalender auf, dass ich vielleicht auch mal so, äh, 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 das heißt, am 7. August kommt dann die Folge, die letzte vor der Sommerpause. Dann müsst ihr im August auf jeden Fall mal ohne mich klarkommen. Und wahrscheinlich kommt dann die nächste am 18. September, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wenn man so einen Zwei-Wochen-Tag nimmt, siebter, dann ist hier eine Woche, dann ist hier zwei Wochen und dann wird die dritte, ja, dann wird die nächste Folge wieder am 18. September. und, dann hab ich ein bisschen Sommerpause gehabt. Und, ähm, ich tu das natürlich primär für euch, weil, wenn ich sage, ich mach Sommerpause, dann wird's wettergeil. Also, ab dem 7. kommt, am 7., hab ich 7. gesagt vorhin? Ja, ne? 7., 7. genau, ich hab's mit Zahlen und Tagen und so, ja nicht so. Ähm, am 7. August, August heißt das, ich wollte gerade November sagen, am 7. August, ähm, kommt die letzte Folge vor der Sommerpause mit einem Gast. Äh, das wird mit Sicherheit nochmal sehr, sehr lustig. Und, ähm, dann mach ich zwei Folgen, also vier Wochen, äh, Sommerpause und am 18.9. kommt die nächste Folge. Aller Voraussicht nach. Das ist der Plan. Ähm, vielleicht halte ich's auch einfach gar nicht aus und es kommt vorher schon eine Folge. Äh, vielleicht finde ich's aber auch total geil und es kommt dann zwei Wochen später, die Folge. Also, eben, dann wird's ja schon Oktober. Aber, ähm, Plan ist jetzt 18.9. So. Dann, wo wir vorhin noch, also wir, also primär ich, ähm, vorhin von, äh, der Gesellschaft gesprochen haben, die, äh, beziehungsweise euch Zuhörerinnen und Zuhörer, die, ähm, auch mal was Positives, also, ich krieg viele positive Nachrichten, aber es ist ja meistens so, dass halt die Leute schnell schreiben, wenn's was zum Meckern gibt. Das ist ja leider, die letzten Jahre hat sich das irgendwie so durchgeschlagen, ähm, dass man schnell ist beim Meckern, wenn aber irgendwas positiv ist, dann sagt man halt einfach mal nix. Ähm, äh, was ich persönlich total nervig finde, deswegen habe ich ja auch schon in, äh, 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 mit diversen Folgen erzählt, äh, bin ich ein Fan von, ich sag den Leuten, wenn ich was cool finde und wenn die mich dann fragen, okay, hast du auch irgendwas, was nicht so cool war, dann sag ich das, sofern es was gab natürlich, ähm, ähm, weil, ähm, 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 also natürlich auch nur dann, wenn ich es wirklich begründen kann, ähm, weil an konstruktiver Kritik kann man sich natürlich, weiterentwickeln, nur durch konstruktive Kritik kann man sich weiterentwickeln, ansonsten bleibt man halt auf der Stelle stehen, weil man halt einfach immer denkt, ja, alles cool, super, dann mach ich genauso weiter, ähm, und, ähm, wenn mich aber niemand fragt, dann behalte ich das auch für mich und, dann ist das halt so, aber die positiven Dinge, die knall ich raus, die erzähle ich den Leuten, also sei es beim Musical, Grüße an alle, die jetzt zuhören, äh, die das immer mitmachen müssen, ähm, 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 die, die positiven Sachen erzähle ich den Darstellerinnen, Darstellern oder wem auch immer, wenn es der musikalische Leiter war, auch dem, ähm, oder wenn ich einen Schlagzeuger geil fand oder einen Gitarristen oder was auch immer, äh, dann finde ich auch die nach der Aufführung, ähm, und sag das denen genauso, ansonsten gibt es dieses Instagram und spätestens da finde ich die Leute und dann schreibe ich das denen, aber ich versuche das immer, ähm, direkt persönlich den Leuten zu sagen, weil ich Emotionen in Textform nicht so gut rüberbringen kann, deswegen habe ich auch keinen Block, weil da müsste ich Emotionen oder irgendwas in, in Textform verpacken und das kommt nicht so rüber, wie ich es meine, beziehungsweise, ähm, hat es nicht die Kraft, die ich mithilfe der Stimme vermitteln kann. Deswegen kann ich Musik machen, aber ich muss halt dazu singen, weil sonst funktioniert das auch nicht, weil wenn ich nur Instrumentalmusik mache, äh, ne, also vielleicht würde ich das, das würde vielleicht noch gehen, aber wenn ich jetzt nur Texte schreiben würde, also ich jetzt Bücher oder so, ähm, kriege ich Emotionen einfach nicht so vermittelt, ich brauche da meine Stimme dazu. Deswegen erzähle ich das den Leuten lieber, ähm, direkt persönlich, am besten direkt nach dem Auftritt, ähm, anstatt das bei Instagram zu schreiben, weil da ist es dann so eine Textnachricht und dann, wenn man sich dann gegebenenfalls nicht kennt, weiß man immer nie, wie es gemeint ist und dann kommt das anders rüber und so kann man das den Menschen halt direkt persönlich sagen und das hat auch nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung, wenn man das Menschen nach dem Auftritt direkt sagt, hier das, das und das fand ich total super und wenn man dann halt gefragt wird, ja und was war nicht so gut und dann sage ich halt, ja, das und das fand ich jetzt persönlich kacke, hätte ich anders gemacht, ähm, ja, wie Beispiel bei Romeo und Julia, Grüße an alle, die das, die das nach der Show, ähm, mitgemacht haben, also Romeo und Julia, das Musical in Berlin im Theater des Westens, ähm, ich nenne keinen Namen, ähm, aber ich habe mit, äh, zwei, drei, vier Leuten drüber gesprochen, vier waren es glaube ich, ähm, ist auch wurscht, ähm, und, ähm, es war einfach nicht mein Musical, so, da kann aber von den Darstellerinnen und Darstellern einfach niemand etwas dafür, und, ähm, das habe ich denen auch so gesagt, ähm, aber ich fand die einzelne Leistung von manchen Leuten, beziehungsweise die schauspielerische Leistung, fand ich bei dem Stück sehr, sehr gut, und, ähm, für die Lieder können die auch nichts, die haben die super gesungen und super performt, aber, ähm, für die Lieder an sich, wenn die mir nicht gefallen, ist das Geschmackssache, ähm, und für die Lieder können die ja nichts, die haben die ja nicht komponiert, die bieten die ja, die stellen die ja nur da auf der Bühne, und, äh, das muss man halt differenzieren, finde ich, also man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ja, das war Kacke, ähm, weil man muss schon sagen, was genau, also das war Kacke, ist halt einfach, da kann keiner was mit anfangen, das bringt keinem was, das geht dann zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus, wenn man zwei Ohren hat, wenn nicht, dann bleibt es wahrscheinlich im Kopf, ähm, ach ja, herrlich, so, die blöden Sprüche kommen jetzt schon, es ist nicht spät, es ist relativ früh eigentlich, wo ich gerade hier sitze und aufnehme, aber die blöden Sprüche kommen halt trotzdem zwischendurch, und solange es immer, solange es eine Person gibt, der darüber lacht, höre ich dich auf, so, das mal dazu, dann, ey, völlig vergessen, wollte ich eigentlich direkt am Anfang sagen, jetzt ist nach einer halben Stunde rum, ähm, diesen Podcast hier, den ihr gerade hört, den gibt es jetzt auch bei Pomido, äh, da ist der auch drin, sind auch alle Folgen davor schon drin, und die neue hier jetzt, die ihr gerade hört, natürlich auch, also für alle, die bei Pomido angemeldet sind, ähm, und jetzt den Podcast nur bei Spotify hören, und, ähm, nur den, das aber sonst bei Pomido sind, könnt ihr das jetzt auch bei Pomido anhören, und, ähm, für alle, die, äh, jetzt über Pomido, weil die sonst nichts haben, an Streamingdiensten, ähm, für alle, die da jetzt zuhören, herzlich willkommen, jetzt nach einer halben Stunde, ich hab euch nicht vergessen, ähm, ähm, und, ähm, ja, freut mich, dass da jetzt noch ein paar neue Gesichter, virtuelle Gesichter, virtuelle Zuhörerinnen und Zuhörer dazukommen, ähm, herzlich willkommen in diesem ganzen Chaos hier, ähm, und, ähm, ja, hoffe, dass die Leute, die neu dabei sind, ob das jetzt bei Pomido ist, oder sonst wo, herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr da seid, teilt das hier alles, bewertet das mit fünf Sternen, ich glaube, weniger geht gar nicht, und, ähm, folgt und so weiter und hört das fleißig an, ähm, aber das scheint ja sehr gut zu klappen, so, das war das, das war sehr viel Werbung in eigener Sache, würde ich sagen, und, ähm, ja, für die Neuen, äh, wenn, wenn ihr schon da seid, äh, schreibt mir gerne euren, eure Meinung, Kritik, Anregungen, was auch immer alles, was ihr loswerden wollt, äh, an podcast.oliverwetzel.com, Adresse steht auch nochmal in den Shownotes, ähm, ähm, oder schreibt bei Instagram, ähm, könnt ihr auch machen, bei Facebook schreibt, glaube ich, keiner mehr, schreiben alle bei Instagram, glaube ich, aber ihr könnt auch bei Facebook schreiben, da gibt es auch eine Seite von mir, äh, da könnt ihr auch schreiben, äh, das wird auch, äh, äh, gelesen, aber ansonsten Instagram oder per E-Mail, eine E-Mail-Adresse hat ja, glaube ich, jeder, ähm, und dann an podcast.oliverwetzel.com, wie gesagt, das steht alles in den Shownotes, und, ähm, ja, da freue ich mich auf eure Post, ähm, gerne auch, äh, weitere Themenvorschlägen, äh, Themenvorschläge, ähm, wenn ihr irgendwie was wissen wollt, oder so, fragt, stellt eure Fragen, ich werde die dann hier der Reihe nach beantworten, stelle ich gerade fest, sollte ich vielleicht auch mal wieder machen, mache ich nach der Sommerpause, ähm, und, ähm, da widme ich dann wieder, mich mal ein bisschen euren Fragen, die da so reinkommen, äh, aber die Hörbuchfrage ist ja hinreichend beantwortet, und die Frage nach dem nächsten Album auch, also habe ich ja zwei schon mal quasi abarbeitet, und, ähm, ähm, dann könnt ihr, ähm, weiter Fragen sammeln und mir die zukommen lassen, und dann, beantworte ich die dann im September, so, das dazu, ähm, dann war, habe ich auch gepostet, ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, äh, diese Löwin da in Berlin, Brandenburg, ich weiß gar nicht, wo sie genau war, ähm, also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, in Berlin oder Brandenburg, oder beides, vielleicht lief die in Brandenburg los, und dann in Berlin, äh, ist wohl ein, oder, ist es eine Löwin oder ein Löwe? Wurscht, so ein Tier halt, so eine große Raubkatze, ähm, Kätzin, wie auch immer, ähm, ja, Kätzer war auch wieder was anderes, egal, ähm, ähm, und zwar lief in Brandenburg, Berlin, äh, ein, ein mutmaßlicher Löwe, äh, umher, wo dann die Polizei losgegangen ist, und hat den gesucht, und dann haben sie aber festgestellt, ähm, war nur ein Wildschwein, so, ähm, ich persönlich bin der Meinung, es ist einfach nur eine Marketingaktion von die Höhle der Löwen, ähm, bin ich auch immer noch fest davon überzeugt, weil das ist ja, also, ist ja, weißt du, natürlich, es läuft jetzt, also natürlich kann aus dem Zoo jetzt ein Löwe ausbrechen, klar, aber dann würde man ja irgendwo lesen, im Zoo ist ein Löwe ausgebrochen, dann würde ich ja nicht, also ich halte es jetzt für unwahrscheinlich, dass jetzt irgendwo aus Südafrika ein Löwe, einfach mal hier durch ganz Afrika und Europa, äh, durchgelatscht ist, ähm, und dann in Brandenburg gedacht hat, oder in Berlin, ach, guck mal, schön, äh, halte ich, also ich persönlich, aber, hey, wer bin ich, aber ich halte es für sehr unmöglich, für fast ausgeschlossen, dass das passiert, ähm, 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 da im Zoo einfach niemand gemeldet hat, oder niemand irgendwie einen Löwe vermisst hat, ist es halt einfach sehr unwahrscheinlich, machen wir uns mal nichts vor, deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es eine Werbekampagne von die Höhle der Löwen ist, ähm, für die nächste Staffel, die wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommt, aber, hey, man kann nie genug, früh genug mit Werbung anfangen, ähm, ja, das ist meine Meinung dazu, dann, ähm, gibt es in Gaggenau, das ist in Baden-Württemberg, ähm, eine Eisdiele, noch nicht so richtig spannend, aber diese Eisdiele, es ist, ich finde es sehr lustig, also es ist mein Humor, und ich würde diese Sorte bestellen, und zwar zwei Kugeln, ähm, es gibt eine Eissorte, M, also es steht wirklich ein Schild drin, auf dem M draufsteht, was primär gedacht war für Kinder, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, die dann vor der Eisdiele stehen, ähm, ah ja, alles klar, hier, dann kriegst du das, und dann ist die Sache erledigt, finde ich total super, ich würde das auch in Bars oder so einführen, einfach nur ein M-Getränk, und dann kriegt man, weiß ich nicht, irgendeinen alkoholfreien Cocktail oder so, ähm, und dann, oder einen alkoholfreien Schott, nennt man das auch Schott, man nennt doch Schott alles, was in diesen kleinen Gläsern drin ist, oder, also irgendwie da so ein Orangensaft oder so, einfach nur, und dann kann man sich den reinkippen, fände ich persönlich sehr lustig, ähm, und, äh, jetzt hätte ich schon zweimal was bestellt, voll gut, oder, ähm, dreimal, ähm, 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 ich hätte gern, ähm, und zack, habe ich sieben Kugeln Eis bestellt, so geil ist das, ohne was großartig zu machen, was, äh, äh, ich habe mich dann informiert, was das für eine Sorte ist, weil, ich hab dann gedacht, vielleicht ist das jetzt einfach nur, keine Ahnung, was total langweiliges, nein, das ist weißes Schokolade mit Pistazien-Crush, also auch nicht irgendwie so eine 0815-Sorte, sondern tatsächlich was, wo man sagt, okay, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so der Geschmack von Kindern ist, aber, wahrscheinlich bestellen mittlerweile auch viele Erwachsene dieses Eis, ähm, und, ich kenne das mal, ich habe mal eine Zeit lang im Kino gearbeitet, es ist halt immer das Gleiche, man steht einfach, keine Ahnung, also an fünfter Position in der Warteschlange an der Kasse, oder wenn man irgendwo in der Gastro ist, im Kino und Popcorn Getränke haben möchte und sowas, steht man einfach an fünfter Position und könnte natürlich schon vorher gucken, was man haben möchte, so, das war gerade Firestarter auf dem Handy, das war der Wecker, äh, weil das Brot in den Ofen muss, aber das muss jetzt einfach noch kurz ein bisschen warten, aber das schadet dem Brot ja nix, ähm, also es muss nicht in den Ofen, das kann jetzt auch noch zwei Stunden warten und ihr könnt jetzt zwei Stunden weiter, wo war ich, und, also ja, fünfte Stelle und dann kann man sich, wenn man dann eben da steht, kann man sich ja schon aussuchen, was man haben möchte, wenn man dann dran ist, kann man direkt sagen, ja, ich hätte gerne eine große Apfelschorle und Popcorn, und dann kann die Person an der Kasse sagen, ja, hier, aber wir haben auch Sparmenü 1, machen wir das, ist beides drin, kostet 10 Cent weniger, irgendwie so, ähm, und dann kann man, kann man sich ja vorher schon informieren und sich das angucken, aber es ist bei der Eisdiele wohl auch nicht groß anders, dann steht man da, gut, bei einer Eisdiele finde ich es manchmal schwierig, weil man natürlich in dieser Schlange steht und man diese Sorten erst sehen kann, wenn man wirklich vor dem Tresen steht. Im Kino sieht man es vorher. Es steht ganz groß oben drüber, dass man gucken kann, und dann weiß man, ja, okay, man weiß ja vorher schon, okay, möchte ich jetzt irgendwie eine Cola, möchte ich eine Apfelschorle, möchte ich ein Wasser, möchte ich ein Bier, ähm, oder möchte ich Popcorn-Nachos oder gar nichts davon. Das weiß man ja vorher. Also, ich weiß das vorher. Also, ich weiß das, wenn ich mich anstelle, weiß ich ja, okay, ich möchte jetzt irgendwas, Papps Süßes und dann noch süßes Popcorn, damit es richtig knallt, was die Süßigkeit angeht, oder ich möchte das nicht. Also, ja, also man kann sich da vorher informieren, von daher verstehe ich das mit dem, mit dem M-Eis, äh, aber, ich finde es auch lustig. Ich würde es, ich würde es direkt übernehmen, ehrlich gesagt. So, dann, es geht, es geht knallert weiter, habe ich die letzten Wochen bei Ebay, nein, das war bei Facebook, äh, bei Facebook, es gibt es noch, ähm, habe ich gesehen, dass jemand einen Ventilator verkauft. Das ist drei, vier Wochen her. Und, den hat er für 40 Euro verkauft. Gebraucht. Was, primär erstmal in Ordnung ist, aber, das war ein Ventilator, der neu, 15 Euro gekostet hat. Und, da verstehe ich dann die Welt nicht mehr. Also natürlich, wenn, ne, Angebot und Nachfrage, klar, kann ich nachvollziehen, aber, 40 Euro und neu hat das Ding 15 gekostet. Und es ist jetzt gebraucht. Also ich finde es schon sehr dreist, wenn ich weiß, ich habe 15 Euro für das Ding gezahlt und würde 40 Euro verlangen. Dann aber noch gebraucht. Das finde ich schon sehr dreist. Und, ähm, wahrscheinlich gibt es halt auch irgendjemanden, der das dann bezahlt. Ich finde es dreist und unverschämt und unter aller Sau. Und das spiegelt halt im Prinzip ja schon wieder, das ist quasi die gleiche Ebene, wie, ich mecke einfach über alles. Und wenn, wenn ich was zu meckern habe, dann schreibe ich das der Person und kommentiere das. Wenn ich aber irgendwas geil finde, dann mache ich nichts. Das ist im Prinzip, finde ich, die gleiche Stufe. Was mich tierisch nervt und ich wahrscheinlich auch nichts daran ändern kann, außer, dass ich jede Woche, alle zwei Wochen, anzusprechen. Ähm, und, ja, also ich persönlich finde es ein bisschen beängstigend auch. Weil das spricht natürlich auch wieder, äh, quasi damit rein, dass die AfD auf einmal 20 Prozent hat, was auch nicht in meinen Kopf reingeht, was ein Unding ist. Und, ja, das, äh, ist auch ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich letzte Woche, also für alle, also, je nachdem, wann ihr den Podcast anhört, äh, gab's ein Video von mir, äh, äh, über, gegen, gegen, rechts, gedönst, scheiß, Drecks, Zeug, ähm, primär aus gegebenem Anlass gegen die AfD. Aber natürlich, wie immer, irgendwas gegen Nazis, alles gegen Nazis und, äh, so weiter und so fort. Ähm, weil brauchen wir nicht. Weg, weg damit. So. Ich hoffe, es hat jetzt keiner zugehört von denen und wenn, dann sind sie jetzt weg. So einfach ist das. Und, dann, es geht gerade weiter, ähm, ich habe gelesen, dass es in Kanada jetzt möglich ist, also, wir wandern jetzt mal ein bisschen in der Welt rum, ähm, in Kanada gilt dieses Emoji mit Daumen hoch als Vertragsabschluss. Also, jetzt, das ist relativ neu, und, ähm, dann habe ich mich ein bisschen informiert und, das wäre bei uns in Deutschland auch denkbar, was ich erstmal ein bisschen, wo ich gedacht habe, Moment, wir sind in Deutschland, als ob. Aber tatsächlich, ähm, das ist in Deutschland auch denkbar, weil, äh, bei Versteigerungen zum Beispiel, gilt ja ein Armwinken auch als rechtswirkend. Und, das war so die Begründung, die ich jetzt so gelesen habe. ähm, ähm, also, es ist tatsächlich denkbar, natürlich muss man da, ne, ein paar Gesetze, ähm, dazu erschaffen oder abändern oder wie auch immer, ähm, ähm, äh, 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 es wäre denkbar. Was ich bedenklich finde, weil, dann hätte ich wahrscheinlich schon den größtmöglichsten Scheiß bestellt, wobei, dann mache ich ja keinen Daumen hoch drunter. Also, wahrscheinlich geht es. Und so in einem WhatsApp-Chat bestelle ich ja nichts, wenn man da irgendwas schreibt. Also, Daumen hoch ist tatsächlich einer meiner, ähm, meistgenutzten, nutzten, genutzten, äh, Emojis neben diesem Gelach-Smiley und der mit Augen zu und, äh, Zunge raus. Äh, das sind so die drei Smileys. Mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Reicht, klar. Also, damit komme ich durch. Ähm, eine Auberchine vielleicht noch. Ähm, und, ähm, ja. Ähm, und, von daher geht das, eigentlich mit dem Daumen hoch auch. Also, fände ich, wenn es geht, ich weiß nicht, ob dann viele Leute einfach zu leichtsinnig sind und, naja, mal gucken. Es dauert ja wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis das dann bei uns geht. Dann, habe ich zum Abschluss noch, ähm, völlig unnützes Wissen für euch. So, und damit entlasse ich euch dann jetzt erstmal in die Sommerpause. Wie gesagt, es kommt noch eine Folge in zwei Wochen. Aber, äh, das unnütze Wissen kommt jetzt nochmal. Denn, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, ähm, wie Ikea auf diese komischen Namen kommt. Es ist, also, man denkt ja immer, die denken sich das aus. Ähm, ähm, also, theoretisch tun sie das auch, aber diese Namen gibt es wohl tatsächlich. Ich habe es jetzt nicht geprüft, ich habe es nur gelesen und vertraue der Quelle jetzt einfach mal, weil es jetzt nicht Bild-Zeitung war. Ähm, und zwar, ihr könnt jetzt gerne mitschreiben, Sofa und Sessel werden nach schwedischen Ortsnamen benannt. Badartikel sind Flüsse, Seen oder Buchten. Gartenmöbeln sind schwedische Inseln, keine Ahnung, wie viele die haben. Teppiche werden nach dänischen Ortsnamen benannt. Schreibtische werden nach Männer- und Familiennamen benannt. Ich vergreife mir jetzt jedlichen Kommentar dazu. Stoffe und Gardinen haben Frauennamen. Also, Sexismus wird in Schweden sehr groß geschrieben, anscheinend. Ähm, Schreibtische nach Männer- und Familiennamen und Stoffe und Gardinen nach Frauennamen. Ich finde, das ist eine super Quintessenz. Ähm, was soll man dazu sagen? Also, es sind keine ausgedachten Namen, es gibt es tatsächlich und daher kommen wohl die Namen. Ähm, aber, naja, es, man muss halt auch manchmal Klischees bedienen, oder? So ist das halt. Ähm, macht's ja nix. Mich hat keiner gefragt. Ich hätte ganz andere Namen genommen. Aber gut, so ist das. Und damit, äh, komme ich zu den Top 5 meiner Lieblingssongs der letzten zwei Wochen. Also, der meistgehörten Songs von mir in den letzten zwei Wochen. Ähm, da sind immer noch dabei die Donuts mit Es tut nicht weh, äh, es tut nur weh. Es tut nur weh, wenn ich lache. Meine ich natürlich. Dann irgendwie mal wieder reingerutscht. Matchbox 20 mit How Long. Das Musical Hairspray mit Nicest Kids in Town. Green Day mit Minority. Und Revolverheld, ich kann nicht aufhören, unser Leben zu lieben. Also, das sind eigentlich alles keine neuen Lieder. Wobei das von den Donuts ist auf dem aktuellen Album. Das könnte man noch einigermaßen als neu deklarieren, wenn man möchte. So. Und ich entlasse euch jetzt hier erstmal aus meinem letzten alleinigen Podcast, ähm, meiner alleinigen Podcast-Folge vor der Sommerpause in euren Sommer. Für viele fangen ja jetzt auch die Ferien erst an. Hier in Köln sind sie ja fast schon, in NRW sind sie ja fast schon wieder vorbei. Ähm, aber für die meisten gehen die ja erst los. Von daher passt das. Ähm, heißt, ich kann hier ganz entspannt Sommerpause machen, weil hier alle wieder arbeiten müssen. Und dann kann ich hier Party machen ohne Ende. Mache ich natürlich nicht. Grüße an die CSD-Leute in Berlin. Und, äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Und, ähm, treibt's nicht so bunt. Hört euch meine Musik an, hört euch das Hörbuch an, hört euch alte Podcast-Folgen an. Es gibt, ihr kommt ja die nächsten Wochen auf jeden Fall hin. Es gibt ja genügend Folgen von, äh, den letzten fast zwei Jahren jetzt. Ähm, primär kann ich euch natürlich die empfehlen, wo ich Gäste habe. Äh, allein der Wertschätzung wegen, weil es waren durch die Bank weg lustige Folgen und da auch, ähm, ähm, ernste Themen, die wir da besprochen haben, die es sich auf jeden Fall anhört, äh, die es sich auf jeden Fall lohnt anzuhören. Also, tut das. Äh, bewertet hier alles, teilt das, empfehlt es weiter. folgt mir überall, wo es geht und, ähm, hört euch meine Musik an und schreibt. Schreibt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik. Egal was, äh, äh, wenn ihr irgendwelche Geschichten zu, ähm, erzählen habt, was zum, äh, Thema passt, zu welcher Podcast-Folge auch immer, ich greife Themen auch immer wieder auf, das ist gar kein Problem, ich kenne da nix und, ähm, 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 ja, schreibt mir einfach, schreibt mir, was ihr loswerden wollt, wenn ihr Fragen habt und, 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 schreibt das an podcast.oliverwetzel.com, steht hier in den Shownotes, äh, ansonsten gerne über Instagram und da halte ich euch auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, wenn es was musikalisches Neues gibt, wenn es irgendwelche Cover-Songs gibt oder, 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 ähm, da könnt ihr mir auf jeden Fall folgen und, äh, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Sommer, falls ihr denn wiederkommt und wir hören uns im September wieder. Tschau, tschüss! Sous-titrage ST' 501